Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. In dem Video möchte ich euch mitnehmen nach Orschach, Montreux, Nizza, Genua, Gradersee, über Gomo, Lugano, Gauthardt wieder zurück auf Schaffhausen. Wieso diese Route und keine andere? Zum einen wollte ich die Schweiz besser kennenlernen und zum anderen an das Mittelmeer. Da bin ich mich nicht immer verfahren, habe ich vorgängig GPS-Dateien heruntergeladen, über die wichtigsten Routen und so dann über die Städte oder wenn es einsam ist, mich da nicht verfahren kann oder weniger verfahren. Das Ganze möchte ich mit dem Touren-Velo machen, das ich gekauft habe und im Zelt übernachten, wenn es nicht anders geht, dann in Jugendherbergen oder am schlimmsten Fall in einem Hotel. Ja, ich würde mir vorschlagen, ich gehe jetzt hier auf die Piste, ich melde mich hier ab und zu wieder. Am Schluss wird es hoffentlich ein schönes Video geben, das ich dann ins YouTube stellen kann. Und ja, bis dann, alles Gute. So, immer recht stück weiter. Leider noch nicht Pause. Ich werde es jetzt richtig machen. Bevor wir das Ganze gießen, durch das Filo, viel kosten. Und das hier. Und mit den zwei Vordertaschen, Hintertaschen. Da muss ich die Zeltstange drin haben und das Solarpanel. Und was ich das Richtige stehe, ausdrinken. So, ich brauche die Zeltstange. Und ich brauche die Zeltstange. Gut, da sind wir in Korsach. 180 km von Zuhause. Also nicht ganz rein und falsch nach Hause. und jetzt gehe ich in die Richtung und dann nachher über Arschackerberg Richtung Heiden und Drogen die ich hier noch vergessen habe, eine ist hier die Karte, eine ist hier von Romanshorn aber Heiden, 34 km im Moment sieht mein GPS irgendwie so aus immer noch Arschackerberg, ich weiss nicht ob man es sieht, da ist ein Zeppelin nicht mehr, leider habe ich hier nichts, auch nicht zu tun ich bin jetzt hier am Essen und nachher geht es weiter Richtung Heiden so, geschafft, Drogen und da ist der kleine Umblick so, ich habe jetzt Drogen verlassen und da bin ich gekommen, Aufstieg von Drogen und da geht es gut, Drogen aber Drogen und da geht es weiter für Drogen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt gehe ich Richtung Aperzell Endlich wieder mal eine vernünftige Strasse, die geradeaus geht und nicht allzu wenig strumpelt Oh, Aperzell So, hier sind wir im Oberhalb Aperzell Zellplatz Herd Das ist das Panorama wo gar nicht ein Rübel ist Gut, ich werde jetzt die Aperzell verlassen Dann gehe ich Richtung Schwägalp Es geht 23km und jetzt geben wir mal die Nebel ein So, jetzt sind wir irgendwo zwischen denen und das ist schön daran nur die Velofahrer dürfen hinter da wäre es ein gutes Anstoß für Velofahrer Aber, ich fang Aber, ich fang So, das ist der Werkzeug So, da sind wir jetzt im Regenwald So, da sind wir oben dran von Stein Ich habe jetzt heute respektiv gestern hier wieder im Zelt übernachtet Ja, jetzt gehe ich dann richtig anden und lesen und dann wieder mit dem Zelt übernachten zu Aber, das geht jetzt noch 21km und zwar direkt So, da werden wir wieder von einer Höhe Das Wetter ist nicht besser geworden Im Gegenteil eine seite Ströme Aber, jetzt gehen wir einfach hier runter in die Erte Strasse So, ich habe das Grund hier oben das hat geägnet und geägnet Jetzt habe ich hier das Grund das Wester ist dran Ha! Cool, oder? Gut, von hier oben bin ich jetzt gekommen und wir dann hier richtig anden gehen und wenn ich nicht so tätig zittern weil es so kalt ist dann wir dann dort unten irgendwo noch das Ziel und übernachten das und da ist so wie und das das ist so auf der Rampe da wo man dort sieht bin ich oben herbekommen ja irgendwo irgendwo so rundherum und dann zum Zeltplatz eh ja 10 Minuten von hier schön Vielleicht ist das hier die Etappe gewesen hier wo man da nachgeht hier habe ich es einfach etwas abgekürzt ich bin auf Wesen gegangen und auf Nidor Urme jetzt bei Wesen Zeltplatz die letzten Sonnenstrahlen auf dem Wallensee ich bin jetzt zum Wesen nachgefahren es bleibt Zeltplatz kann ich es richtig einschädeln Mountainbike Runde 2 so sieht wie so aus jetzt hier sind wir ins Wesen und dann gehen wir hier bis auf ein Segel und nicht ganz hier jetzt einen Zeltplatz der Villa Zell dort geht an Rettung wie in der Hark sind wir den Wallensee mit Wesen und vorderunter eine Schneiderurne hier und genau so jetzt geht es über den Satten hier und da geht es nicht da wo wo Untertitelung des ZDF, 2020 So, da komme ich hin, ein paar Murmeli, Eulen, und da gehe ich hin. So, das ist die Alpen in die Eulen, von da bin ich irgendwo nebenher gekommen. Und jetzt geht es da durch und dann nachher irgendwo setze ich dann da. Oh, jetzt habe ich mal wieder die Heerstrasse, was das genau ist. Ich meine, das ist für die Wasserkraft, aber auf jeden Fall gehe ich da durch. So, das ist der langste Weg, wenn ich mich auf dem Weg kämpfe. Und da ist der Dank dafür. Und dann geht es weiter. Gut, wir haben jetzt schon fast geschafft. Jetzt noch das Oeckerli. Und dann heißt der Hauptstoss entlang auf Viller Zell. Zellplatz suchen. Das Auto von hinten kommt. Tja, Action! Ich bin jetzt zum Viller Zell, am Zellplatz grünen Nav. Auf dem Hintergrund sehen Sie hier den Ruck richtig einseideln. Und zur Zeit bin ich auf Damm. Ruck kann man eigentlich nicht sagen. Zu einseideln rüber. Es ist recht interessant. Und da hinten sind Kloster. Welkommen in Rheinsille. Zett. Klosterösser. So, jetzt noch das Kloster von vorne. Jetzt sollte ich noch etwas umbauen da hinten. Und etwas vom Dorfkernen. Ich reinte. Okay. Ich ruche die Damm. Okay. Oh, okay. Now! Oh, okay. Okay, okay. Oh, okay.